Amerikanisch Amerikanisch Turtenmeh Dem Deutschen gefallen viele der Amerikanischen schnell im Bissketten. Dem Deutschen gefallen viele der Amerikanischen schnell im Bissketten. Người Đức thích nhiều cửa hàng trong chuỗi nhà hàng am Nhanh của Mỹ. Das Amt Die Ämter Das Amt Die Ämter ÖBAN Auf dem Amt bekommen Sie Auskunft in behördlichen Angelegenheiten. Auf dem Amt bekommen Sie Auskunft in behördlichen Angelegenheiten. Tại UBAN, bạn có thể có được thông tin về các vấn đề chính thức. An 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 Tại UBAN Tại UBAN Susan schickt eine Mail an ihre Freundin in Wien. Susan schickt eine Mail an ihre Freundin in Wien. Susan schickt eine Mail an ihre Freundin in Wien. Tại UBAN Tại UBAN Tại UBAN Heute bieten wir zwei Bücher zum Preis von einem an. Heute bieten wir zwei Bücher zum Preis von einem an. Hôm nay chúng tôi bán 2 cuốn sách tính tiền 1. Tại UBAN Amt Fangen Tại UBAN Tại UBAN Tại UBAN Tại UBAN Tại UBAN Wir fangen heute mit der Arbeit an. Chúng tôi bắt đầu công việc ngày hôm nay. Angeben. Angeben. Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Angenehm Angenehm Seti Er hat mit seinem Nachbarn ein angenehmes Gespräch geführt Anh ấy đã có một cuộc trò chuyện thú vị với hàng xóm của mình Angestellt Angestellt Landwehr Landwehr Ramona Ramona ist bei einer großen Bank in Zürich angestellt Ramona ist bei einer großen Bank in Zürich angestellt Giamher Ramona được tuyển dùng tại một ngân hàng lớn ở Zürich De angst Er angst Neuzer Wenn es dunkel ist, haben manche Menschen Angst. Wenn es dunkel ist, haben manche Menschen Angst. Anhalten Anhalten In der U-Bahn ist es ganz wichtig, dass man sich anhält, wenn der Zug fährt. In der U-Bahn ist es ganz wichtig, dass man sich anhält, wenn der Zug fährt. Điều rất quan trọng là bạn phải giữ chặt khi tàu điện ngầm đang di chuyển. Der Anker Der Anker Das Schiff legt den Anker an. Das Schiff legt den Anker an. Das Schiff legt den Anker an. Uncommon Wir kommen am Sonntag um 15 Uhr in Basel an. Wir kommen am Sonntag um 15 Uhr in Basel an. Chúng tôi sẽ đến Basel lúc 3 giờ chiều Chủ nhật. Die Ankunft Die Ankünfte Die Ankunft Die Ankünfte Nen Die Ankunft des Fluges aus Prag ist für 18 Uhr vorgesehen. Die Ankunft des Fluges aus Prag ist für 18 Uhr vorgesehen. Chuyến bay từ BZAHA dự kiến DN nơi vào lúc 6 giờ chiều. Die Anlage Die Anlage Die Anlage Die Schulgruppe besucht die Anlage der Firma. Die Schulgruppen besucht die Anlage der Firma. Nhóm học sinh đang đến thăm nhà máy của công ty. Die Anlage der Anlage. Die Anlage. Die Anlage. Die Anlage. Die Anlage. Der Anlass für die Ausstellung ist der 80. Geburtstag des Künstlers Der Anlass für die Ausstellung ist der 80. Geburtstag des Künstlers Lý do của buổi triển lạm này là ngày sinh nhật lần thứ 80 của người nghệ sĩ. Lý do của buổi triển lạm này là ngày sinh nhật lạm này.